Ja Lukas, du bist heute das erste Mal bei so einem Fotoshooting dabei. Wie gefällt es dir denn heute, das mit uns zwei Chaoten hier zu machen? Macht es dir Spaß? Ja, es macht mir ja sehr Spaß. Ich habe mich schon gefreut, als ich den Anruf von Olli bekommen habe, dass ich hier mitmachen darf. Das ist echt cool. Das ist sehr schön. Wir haben gehört, du hast extra schulfrei bekommen heute. Hast du denn so gute Noten geschrieben oder warum hat dir deine Klassenlehrerin denn heute früh freigegeben? Ja, meine Klassenlehrerin ist auch St. Pauli-Fan, deswegen habe ich schulfrei bekommen heute. Das hätte ich auch mal gerne früher bekommen, schulfreibe, gute Noten, aber leider hatte ich nie gute Noten. Bist du denn bei uns oft im Stadion und wenn ja, wo treibst du dich denn da rum oder wo stehst du da denn oder wo sitzt du da denn? Hast du da einen festen Platz oder bist du nur ab und zu mal da? Also ich bin schon öfters da und dann bin ich mal im Kinderblock da oben, wo ihr einlauft. Das heißt, du siehst uns jedes Mal, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen vorm Spiel? Ja. Da bist du hautnah dabei? Ja. Singst du fleißig mit? Mhm. Und wer ist denn dein Lieblingsspieler beim FC St. Pauli? Als letzte Frage, so mit einem kleinen Zwinkern, schauen wir mal. Naja, du eigentlich. Siehst du, schon beeinflusst ihn klein. Dankeschön. Ja, bitte. gras summt. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.